Alles aneinander wollen wir mal, wir starten es geht los! Jamal, wir starten es so gut! Dann wollen wir mal! Das sind ja meine Experimente, ihr freundliche Passagiere! Ihr traut euch also gut! Gut, 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 gut! Bis jetzt haben wir es und mir und ein Mensch probiert! Und ich bin sowas von gespannt, ob das alles so klappt! Jeder von euch überprüft noch einmal, ob die Bügel auch wirklich fest verriegelt sind! Als wir das letzte Mal mit unseren Dumbys getestet haben, sind die Bügel einfach so aufgegangen! Einfach so! Es wäre schlecht, wenn das passiert! Naja, wollte mal das Beste hoffen! Ich bin nicht sicher, aber okay! Regulär sollten wir nun 20 Meter höher erreichen! Bei Rotation von mindestens 100 km h! Können wir das Experiment möglicherweise funktionieren? Eigentlich sind wir so schnell, dass wir alle die Verbindungen mit Realität und das Video komponieren sollen! Jaaa! Ein schwanzes Loch! Oh Gott! Hast du nur Spaß! Wir konzentrieren uns alle! Halt euch jetzt mal groß fest! Wir lieben diesen wundervollen Auftritt meiner Maschine! Und auf, los geht's los! Ich freue mich ja schon so riesig auf das Ergebnis! Ach so! Nur nebenbei! Auf, was vergessen! Ich schaue natürlich von außen zu! Nicht, dass hier noch was passiert! Also auf, was passiert! Alles und jetzt geht's los! Jaaa! 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 Wir werden jetzt noch mal zum Gewinner noch, wohnen wir mal ja! Dann starten wir mal durch! Jetzt geht's los! Die… Die Maschine! Mancemos! Jaaa! Nicht Johnny Zier! Woah!! Ja, weil ja, da hast du den Wahnsinn, dann mal los, hier den Stab, hör mal durch ihn. Alles klar, jetzt geht's los, 20 Meter, dann machen wir mal, ne? Alles klar, dann mal los, hier Händchen an das Halleschen gehören, dann schlafen wir mal durch ihn, das Ganze auch ein bisschen schneller, Achtung! Und tschüss! Absolut irre, das Ding, na wie sieht's denn aus, wollt ihr noch mal? Ey, was ist denn mit euch so, was willst du heißen, wollt ihr noch mal? Ja! Na dann, Mann, du siehst, dann komm schon, dann drehen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Is it to us? Weitere gewinnt! Tschüssi! Donnerwetter. Na, dann checken wir mal kurz die Lage, wie sieht's dann aus. Alle noch Fitt? Wollt ihr nochmal? Ich will alle Hände sehen. Nein, 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 das ist hier alle mal die Arme ganz da oben. Ich will alle Hände sehen. Jawoll. Ihr seid alle so geile. Na, dann machen wir los. Dann fahren wir das in Röntgen jetzt geht's noch mal los an die letzte Strophe. Was ist denn? Abenzin alle mit mir! Zum reinen. Tschüss, tschüss, tschüss. Finale! Finale! Wie fährt's alles gut und wie bist du? Alles, wir fahren volle Beschuldigung zum Finale. macht euch bereit. Erste Phase abgeschlossen. Gravity wartet auf weitere Instruktionen. Sehr schön. Es hat bis jetzt alles funktioniert. Gut, 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 gut. Dann können wir jetzt in die allerletzte, allumfassende Phase einsteigen. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für den ultimativ Sprung in die Antigravitation. Persön, ein Riesen-Spaß! Jetzt nur noch schnell den Code eingehen. Moment! XY357 XZ und bestätigen! Gut XY357 XZ bestätigt. Einleitung der Antigravitationsphase. Maximale Eintrittshöhe 20 Meter. Rotationsgeschwindigkeit größer. Atenzion! Atenzion! la mano, si no, no, man, die jas. So, kuh! ohne sie, mir das es richtig fisch, 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 fisch... Alla sei, wir warten wieder nach Br Belarus auf in der... Alla sei, da da mal raus, So, die RB-Reise noch mal rein zu der Wünsche, wenn du mit mir jetzt so wieder anschließend bist du, hallo, hallo, los, ab, rein in die Kiste, wir haben noch keine Zeit. So, Richtung Seite geht's rein, nach Richtung Seite. Alles, na, na, mach uns hier, mal reißen wir noch, wenn du mit mir jetzt so wieder anschließend bist du, ein bisschen, ein bisschen. Hier ist die Hightech-Maschine, Gravity. Alles an der Mann ist jetzt an der Reise, die wir wieder anschießen wünschen, wenn wir noch mitmüschen.